Wer den Wolf angesiedelt hat, doch ja, die Naturschützer, ja, die sollen festzahlen, gar, für den Schaden, was der Wolf anrichtet, ja. Ja, die Bauern, Hansl, ja, die wollten Wolfe haben, gar, oder im großen Bär, dann sollen sie zahlen umso mehr. Ja, der Bauer, Bauer, ja, soll fest verlangen, ja, für die, für die Schafe, ja, und nicht nur kleine, nur ein bisschen was bekommen, ja. Der Bauer soll fordern, ja, es sind so viele Schafe, ja, ein Schafkurs so viel, so viel, ja, und die Tierschützer sollen zahlen, mit ihrem Vermögen, ja. Ja, die sollen gerade stehen, mit dem Geld, was sie haben, haben sie den Wolf haben wollen, sollen sie dafür zahlen, dass er nach Horn und Seng vergeht. So soll das sein. Ja, wir verlangen, ja, dasselbe, ja, was die anderen haben, ja. Ja, wenn der Schützer Wolf haben will, ja, soll er fest zahlen, ja. Soll er Millionen an Bauern zahlen, ja, für die Entschädigung und so weiter, ja, dass sie munter werden, ja. So soll es sein. Die ewige Zeiten, ja.